oh man ich weiß nicht ich glaub TNENDO war da ich hab das ganz kurz was ja TNENDO is it ich hab überhaupt nicht gerafft was da passiert ist ups was heißt denn ups keiner will mit mir spielen alter er hofft mich zu schlagen was passiert da gerade sie werden doch ordentlich mit seinem Leder schmetten alter du kennst dich gleich Marcel der war innocent jetzt im ernst oh ja tut mir leid oh Gott Bram ist es oh nein ich bin jetzt alleine gegen Bram oh nein oh nein hallo nicht bitte lass mir in Ruhe ich hab doch ich hab doch nichts ich hab dir nichts getan Peter kommt überall ich schlich bin ich hab Angst vor Peter Peter geh weg nein renn Schlappe renn tschüss dich Traitor Junge ich sehs dir an du bist Traitor hast du gerade gekauft Christian ja hey sag doch mal was bist du etwa tot nein wo ja oh nein hey hat da jemand gerade auf mich geschossen aha hallo ich kann dich seh Peter ja wieso siehst du Jay nicht wieso seh ich Jay nicht was stellst du schon wieder für Fragen der ist doch hier oben drauf oder nicht nein der ist auch drauf ist Bram Bram kämpft gerade gegen Jay wo ist denn Jay? Bram sag doch mal was an was weiß ich du motherfucker du hallo ich hab erschrocken hey nicht auf mich schießen ja sorry der hat ein Deadfinger hier irgendwo jay hat mich weggeknabelt nein oh nein oh nee also wenn ich du wäre Max dann würde ich jetzt hier gleich runter springen haha ey das könnte man hier echt gut machen glaube ich NEEIN ich bin runtergefallen oh da kommt ja wieder von hinten ey ich glaube einfach nicht Peter Sonn der Traitor-Kollege hat sich selbst in den Top gestürzt ich bin einfach runtergefallen meine ich bin einfach mal